Ja, und hier haben wir das Modell 24920 in Longlife Lederweiß von Milly Schillig. Schönes, dickes, kräftiges Leder, merken beim Reinkneifen, empfehle ich jedes Mal. Und ja, schön viel Platz für zwei zum Hinlegen oder natürlich für einen Riesenrudel. Zum Sitzen. Hinten haben wir die Möglichkeit, eine Kopfstütze noch einzuschieben. Ansonsten, Sie sehen, alles unten schön frei für unseren Saugrobot Tom. Ja, da wünsche ich mal viel Spaß mit dem neuen Stück. Wer zuerst klickt, bekommt es.